was geht ab leute herzlich willkommen zurück auf meinem kanal schön dass wir eingeschaltet in dem heutigen video geht es um einen neuen anzug den ich mir gekauft habe diese lasse ich abändern und diesmal nehme ich euch mit los geht's so freunde ich habe mir einen neuen anzug gekauft das ist das gute stück es ist noch nicht der anzug wurde noch nicht abgeändert ich ziehe ihn auch gleich mal eben an und dann zeige ich euch alle punkte die natürlich nicht passen ist ein anzug von der stange ich gehe damit dann später auch zum schneider ich zeige euch das ganze wie das ganze funktioniert wie der schneider das ganze absteckt und wie das endergebnis aussieht dementsprechend ziehe ich den anzug jetzt mal an bis gleich so leute und jetzt habe ich den anzug an und wie ihr seht er sitzt katastrophal also vom sack her geht das ganze noch aber auch da möchte ich einige anpassungen machen aber der hauptmerk ist natürlich die hose der hose ist viel zu lang unten haben wir so ein ja ist auch nicht wirklich schön geschnitten was ich gut finde an der hose ist generell schon die form von der hose allerdings sitzt die bei mir wie ihr seht einfach gar nicht ich fühle mich auch extrem unwohl ich will da verschiedenste anpassungen machen die muss gekürzt werden die muss unten ein bisschen enger zu laufen sein und wie gesagt das ganze seht ihr hier vorher der anzug sitzt wirklich gar nicht ich meine jetzt von der von der terrierung her ist das noch in ordnung ich habe jetzt hier mein handy drin bezüglich ton ansonsten ärmel sind ein ticken zu lang die würde ich ein ticken kürzen von der terrierung würde ich gar nichts machen und ja es ist halt wirklich ein schöner anzug wenn man das ganze anpassen lässt und ich sag mal so der nächste schritt ist auf jeden fall zum schneider zu gehen und da das ganze abzustecken und ja da gehen wir jetzt erst mal her und jetzt gehe ich zum schneider rein ich muss natürlich gleich noch erklären ob das für ihn fein ist ob wir die ganze sache filmen aber es ist ein sehr cooler typ ist ein türke josef heißt er josef abi und ja dementsprechend schauen wir dann an wie der ganze sache absteckt wie wir die ganze sachen kürzen wollen und ja jetzt gehen wir erst mal rein den lieben josef wie geht es dir dankeschön und ja ja auch gut wie genau jetzt machen wir einen schönen anzug hier wie ihr seht der sitzt einfach nicht schön aber ich mache schöner er ist der richtige mann genau er macht immer super danke dir deswegen stecken wir das jetzt einmal ab und dann schauen wir mal was so ja das ist klar das ist eine tolle Farbe schöne Farbe, schöner Revier genau Ärmel kürzen ja ein bisschen kürzen ja dann wieder mit Falten ja kann man weg machen gefällt mir das so mein Freund Schulter dieser Nackenfalter ja ja gerne ja so Talia ist ok ist ok würde ich jetzt nichts machen Talia ist ok ja Talia ist ok aber Hose halt Bunt ist gut Bunt ist sehr gut ja ja toll dann wie immer ja ja vielleicht ja doch so ist gut ja ne ja ohne Falten wieder 16 cm breit ja genau so dann weiß ich nicht ne gut so ansonsten ne dann besser so ja so alles klar so dann schauen wir mal ganz kurz also nochmal zur Erklärung wir haben hier am Ärmel ne Ärmel kürzen Ärmel kürzen genau dann haben wir hier oben dann oben kürzen muss das ist wieder schöner genau weil hier ist so eine Falte die Knöflöche das wieder offene Knöflöche muss oben kürzen ok diese Falte weg genau Nackenfalte genau so und dann noch dass das Bein gekürzt Beine kürzen und dann ein bisschen enger ohne Umschlag genau und ohne Umschlag weil hier unten ist der Umschlag der kommt weg genau genau dann machen wir ne ja machen wir das jetzt abgegeben er macht das mit bis Mittwoch fertig und dann gucken wir nochmal wie das ganze geworden ist aber ich kann euch sagen ich habe schon sehr sehr viele Anzüge beim Yusuf machen lassen und alle sind super deswegen bin ich da guter Dinge und wir werden auf jeden Fall ein gutes Ergebnis haben Dankeschön Hose kurze und enge 16 cm genau ich habe den Anzug jetzt abgegeben und ich bin guter Dinge also der Yusuf ich wollte mir jetzt auch nicht die Kamera die ganze Zeit ins Gesicht halten das ist ein ganz normaler Schneider hier in Düsseldorf wen es interessiert ich verlinke euch gerne die Adresse beziehungsweise ich schreibe gerne die Adresse unten rein ist doch nicht bezahlt oder sowas also ich möchte dem Mann nur was Gutes weil er mir auch immer weiterhilft und ja deswegen warten wir jetzt mal ab ich kann das nächste Woche also kommende Woche abholen für euch vergehen jetzt nur ein paar Sekunden dann hole ich den Anzug ab und dann schauen wir uns den mal genau an dann erkläre ich euch auch genau was wie gekürzt wurde und warum ich das gekürzt habe und wie ich das haben möchte es gibt natürlich verschiedene Arten wie man das ganze angehen kann aber ich habe so meine Eigenart ich habe das ja auch gerade mitbekommen 16 cm habe ich immer die die Beinöffnung unten also die Hosenbeinöffnung deswegen sind so Dinge die er da schon bei mir schon weiß wie das ganze sitzen soll und ja warten wir es mal ab bis gleich so Freunde eine Woche ist vergangen der Anzug ist wieder da ich habe ihn schon angezogen er sitzt wirklich sehr sehr gut und wir gehen jetzt auf jede Einzelheit ein und dementsprechend gehen wir die Punkte jetzt durch los geht's so Freunde Anzug hier nochmal eine Komplettansicht wie ihr seht er sitzt jetzt sehr sehr gut von der Ärmellänge also es wurde generell wenn wir auf die Punkte mal eben eingehen die Ärmel wurden gekürzt die sitzen jetzt sehr sehr gut es ist natürlich wichtig wenn ich so stehe dass die Ärmel eine gute Länge haben wenn ich jetzt so mache natürlich sind die zu kurz aber das ist unrelevant denn fürs Greifen etc. ist es für mich persönlich nicht relevant also so ist es perfekt man muss sich überlegen ich habe hier noch ein ein Hemd dazu an das ca. 1 cm raus steht also wirklich Ast rein ansonsten hat er mir hinten im Nacken noch eine Falte weg gemacht die hatten wir vorher leider nicht abgefilmt die hatten wir nur beim Abstecken gesehen die ist auf jeden Fall auch weg gemacht also der Schneider sprecht ruhig mit eurem Schneider er soll euch jetzt auch Tipps geben die haben sehr sehr gute Erfahrungen und dementsprechend mein Schneider hat mir empfohlen die Falte noch weg zu machen und ich bin sehr zufrieden ansonsten Talierung hatten wir ja gelassen das sitzt auch sehr sehr gut ich mache jetzt einfach mal den Knopf zu generell nur als kleiner Tipp nur den oberen Knopf schließen niemals beide zu machen habe ich aber schon mal erwähnt in einem anderen Video könnt ihr gerne abchecken was hat er noch gemacht prinzipiell die Beinlänge er hat die Hose gekürzt die sitzt jetzt finde ich von der Länge optimal das coole an dem Anzug hier ist ihr habt hier so Verstellbändchen das heißt selbst wenn der Anzug ein bisschen weiter ist könnt ihr hier rüber das ein bisschen enger ziehen und dann sitzt der nochmal ein Tick enger hier oben sind natürlich so Buntfalten gefällt mir auch sehr gut und ja ich bin wirklich zufrieden wie gesagt geht zu euren Schneider kauft euch einen Anzug ich würde nicht empfehlen von der Stange einfach so zu tragen prinzipiell geht zu eurem Schneider und lasst das einfach an euch anpassen das ist wirklich die optimalste Lösung und so kommt ihr eigentlich zu dem besten Ergebnis es muss kein maßgeschneiderter Anzug sein wenn ihr einen von der Stange kauft und den bei eurem Schneider einfach anpassen lasst werdet ihr meiner Meinung nach zu einem ich sag mal 98% ein super Ergebnis kriegen und ja die restlichen 2% ich habe zum Beispiel auch keinen maßgeschneiderten Anzug doch mein Hochzeitsanzug der war maßgeschneidert aber ansonsten habe ich keinen Anzug der maßgeschneidert ist wie gesagt ich bin sehr zufrieden ich hoffe ihr seid mit dem Ergebnis auch zufrieden bzw. es gefällt euch und ja das war es auch wieder mit dem Video vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und Like dazu lassen wir sehen uns beim nächsten Mal Peace Ciao